Heute stelle ich euch Ninia La Grande vor. Ninia ist eine deutsche Autorin, Poetry-Slammerin, Bloggerin, Fashion-Mister und Mama. Ihre Texte sind kreativ, frech und scheuen nicht zurück von einer gesunden Portion Selbstironie. Ich liebe ihre Instagram-Selfies, aber nur ihre Selfies. Wir sind irgendwie nice und ihr Sohnemann ist jetzt schon eine coole Socke, ganz die Mama. Egal ob auf Instagram, Facebook oder Twitter, ihre Posts bereichern meinen Alltag und darum reinschauen lohnt sich.